Ja, Dämon Jäger, willkommen zurück zu Devil May Cry 3 Spezial Edition und ich musste alles nochmal spielen bis hierher, was aber nichts macht, da ich eh immer eine kleine Eingewöhnungsphase brauch, denn Speicherstände sind in Teil 3 nur übernehmbar in Form von Red Orbs und Ausrüstungsfortschritten, also des Levels und die Levelfortschritte an sich, wie weit ich gekommen bin, die werden halt beim Speicher nicht übernommen, aber egal, los geht's mit Neban und rein das Ding. Woop, oop, oop, und tap! Woop, oop, 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 oop! Kein Risiko eingehen. Nein! Habe ich auch Schwein gehabt mal wieder. Na, getroffen. Boah, da bin ich aber ausgewichen wie ein Trissler. Beleid! 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 Ah, damn it. Ah, damn it. Ah, damn it. Da muss ich schneller sein. Ah, damn it. Ah, schon wieder zu langsam. Was mache ich denn? Ich darf sie erst downen, wenn ich nah dran bin und Erfolgskombus machen kann. Und wieder rüber. Und wieder rüber. Und wieder rüber. Oh, da bin ich noch getroffen. Okay. 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 Dann bin ich zu immer zu gierig. Ja. Okay. Wir nehmen sie den Knacken. Wir nehmen sie den Knacken. A-U-N-F-A-U-N-F! Und zum Ende nochmal getroffen, alles klar. Nein, und frei. Kommt, der letzte Move. Oh ja, langer Kampf, langer Kampf. Nevan ist immer ein bisschen hartnäckig, da man erst ihre Schürde runterbringen muss. Okay. Auf geht's. Oh ja, langer Kampf. 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 Ah, verdammt. Hm? 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 Schwein gehabt. Schwein gehabt. Ah. Oh, da rennt er weiter, da rennt er weiter. Komm schon, Wimp. Zum Ende, ja, nochmal ein paar Treffer gelandet. Der gute Beowulf. Aber letztlich keine Chance. So, jetzt Geryon. Da kann ich ja rein theoretisch bei der Kombi bleiben. Obwohl mir die Bazooka nicht viel bringen wird. Kalina ein. Naja, los geht's. Ja, 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 ich erinnere mich. Und los geht's. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Yah, dat mighty하신 diem. Okay Der Slide Weicht doch aus, Dante Der Slide WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oioioioi, immer ganz schön hart, Garion. Gerade wenn man das Timing nicht mal raus hat mit der, mit den Quicksilber, mit der Zeiteinfrierung, dann wird es immer schwer. So, jetzt muss ich noch zu meinem Schatten und der ist, glaube ich, ganz woanders. Hm, 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 ja. Und Green Orb. So, jetzt muss ich hier hin, an den Anfang. Da ist er schon. So, dich haben wir ja erst. Ja, die Taktik. Ach, die war schon auf, okay. Oh shit, da dachte ich nicht, dass sie mich erwischt. Das ist ja, die Taktik. Das war's für heute. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht deine. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.